Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder bei Jesse und mit uns jetzt gemeinsam mal den aktuellen Challenge-Wolf. Dann gespielt wird der Kreuzritter mit den Lon-Ringen, das bedeutet also wir spielen praktisch mit keinen aktiven Set-Bonus, sondern der Damage resultiert aus den jeweiligen Ringern. Das ist normal immer so eine relativ spezielle Sache, weil bei der Lon-Skillung, da sollte man vielleicht doch den ein oder anderen defensiven Skill und so weiter mitnehmen. Aber ich muss sagen, der Kreuzritter hat doch relativ viel Spaß gemacht, das war der erste Versuch, es hat gleich geklappt, also ich bin mir sicher, mit ein, zwei Versuchen habt ihr den Challenge-Wift gleich hinter euch gebracht. Und zwar spielen wir hier so eine Art Shotgun-Skillung, das bedeutet also, wenn wir von den Gegnern geschlagen werden, aktivieren die mehr oder weniger automatisch diesen Heaven-Sherry, der gleich nach vorne hinweg stößt, zusätzlich auf der rechten Taste, seht ihr schon auf der Maustaste, haben wir noch die Strahlen, die runterkommen. Also der Schaden ist weit mehr als ausreichend von der Zähigkeit, gibt es auch überhaupt kein Thema. Das liegt, glaube ich, aber auch mitunter an der Wiftstufe und an den verhältnismäßig schon relativ hohen Paragon vom 900 oder über 900. Also von dem her ist das Ganze hier überhaupt keine Thematik. Die erste Ebene relativ unspannend, wir sind gerade durchgelaufen. Auf der zweiten hier gibt es auch dann gleichen Schrein, den nehmen wir natürlich gerne mit. Ich bin mir sicher, es hätte vielleicht auf der ersten Ebene auch einen Schrein geben können. Wir sind aber nicht nach links weggelaufen, weil das kostet halt einfach zu viel Zeit, hier irgendwo reinzugucken. Mehr oder weniger spielen wir das Ganze so, wir versuchen von Elite-Berg zu Elite-Berg zu laufen oder eben von großer Mob-Ansammlung, sage ich mal, zur nächsten großen Mob-Ansammlung, um hier eben so viel Progress wie möglich zu machen. So, die nächste Ebene, ich habe es schon gesehen, sieht ein bisschen besser aus, als allein noch von Mob-Type und von der Anzahl der Elite. Wir können hier sogar einmal in diesen kleinen Kreis herumlaufen und es wird sich dann vorm Ausgang befindet sich auch noch ein Power-Schrein, weil das Ganze geht sich dann auch super aus, dass wir das für den Rift-Guardian mitnehmen. Also, wenn ihr praktisch hier mehr oder weniger den Rift gleich spielt, dann solltet ihr vom Progress her so weit sein, dass es sich auf jeden Fall ausgeht, hier Power-Schrein in Kombination für den Rift-Guardian zu nutzen, also dass das Ganze sich hier ein bisschen overlappt, um da noch ein bisschen Zeit rauszuholen. Ich glaube zwar nicht, dass das notwendig sein wird, weil ich glaube, mich ist halt hier mehr als schnell genug und auch für den Guardian selbst, der Schaden war so hoch, dass wir den in relativ kurzer Zeit einfach töten konnten. Ja, Freunde, das war der aktuelle Challenge. Wir haben jetzt mal erfrischend, dass das Ganze hier so locker vom Hocker geht. Also, holt euch auf jeden Fall die Matz. Ich denke, wie ich schon gesagt habe, mit ein, zwei Versuchen habt ihr das garantiert geschafft. Und dann heißt es hier wieder eine Woche warten und mal schauen, was nächste Woche auf uns zukommt.